Ein neues Köpfchen ist auf den Markt gekommen, von niemand geringerem als dem Shisha-Rand selber, in Kooperation mit Moon, die jetzt maybe Moon Rave heißen, weiß ich nicht genau. Das Köpfchen hat aber eine krasse Besonderheit und zwar ist das ein Triple Airflow-Köpfchen. Wenn wir den auspacken, erstmal Luftpolsterfolie drumherum, dann nochmal ein Papier eingewickelt und dann haben wir hier das Köpfchen. Das Besondere an dem Kopf ist aber das hier. Es ist ein Triple Airflow-Kopf, das heißt es ist kein Funnel, es ist aber auch kein klassischer Meerloch, wo die Löcher unten sitzen. Wir haben drei Erhöhungen im Depot selbst mit jeweils einem Loch für den Airflow. Und in der Mitte haben wir diese Form an Depot, die wir dann noch mit Tabak versehen können, was bedeutet, dass er auf der einen Seite sparsam ist, auf der anderen Seite der Durchzug immer geil sein soll und eben auch der Airflow optimiert sein soll. Ob das Ganze stimmt, gucken wir uns heute auf jeden Fall mal an. Ich war ein bisschen skeptisch, weil in der Theorie haben wir ja einmal einen Funnel, da muss die Luft über den Tabak, um dann in der Mitte ins Funnelloch zu kommen, also am Tabak vorbei und die andere Kopfform, die wir bis jetzt hatten, waren Meerlochköpfe. Da sind die Löcher unten und das heißt, da muss die Luft von oben erstmal durch den Tabak durch, um unten zu den Löchern zu kommen. Jetzt haben wir aber bei diesem Kopf hier drei außensitzende Löcher, die auch noch über dem Tabak sitzen. Also da ist kein Tabak mehr drüber und die Löcher sind drunter, die Löcher sind der höchste Punkt. Und wenn wir das Ganze mit einem HMD rauchen, dann haben wir ja die Löcher außen an der Seite vom HMD. Das heißt, genau bei den drei Punkten müsste ja auch instant heiße Luft reinkommen vom HMD. Klar, das sollte auch aus der Mitte raus weggezogen werden, aber meine Sorge, bevor ich mir dieses Köpfchen angeguckt habe, war, dass man einfach zu viel Luft von der Seite außen zieht. Und Shisha Rand hat gesagt, also ich habe dann ehrlich gesagt so, im Stream habe ich erstmal gesagt, ich möchte ihn nicht testen, weil ich Angst hätte, dann was Negatives über ein Produkt von einem Kollegen zu sagen. Und bevor ich dann was Schlechtes sage, würde ich das einfach auslassen und würde das gar nicht erst machen. Jetzt hat der Shisha Rand aber gesagt, teste mal, komm, ich schicke dir zwei zu, gucke ihn dir mal an, sag ehrlich, was du denkst, aber probiere ihn. Also er scheint an sein Produkt zu 100% zu glauben, das finde ich schon mal sehr sympathisch. Und ich würde sagen, dann machen wir auch einfach genau das. Ich lege jetzt Kohle, wir bauen einen Kopf und wir gucken, wie das Ding läuft. Aber erst zeige ich euch den zweiten Colorway. Also der Colorway für mich nochmal eine ganze Ecke geiler. Ich glaube, ich will auch zuerst den rauchen. Also der ist richtig schön, der Colorway ist richtig schön. Wir machen die Waage einmal an und wiegen als erstes einmal das Köpfchen. Der Kopf wiegt 257 Gramm, das ist vollkommen solide normal. Also normal bis gut, würde ich sagen, ist schon eher auf der schweren Seite. Was wir auch sehen, sind hier unten noch diese Rillen, das ist ultra nice. Da, diese Rillen, das sollte dafür sorgen, dass die Köpfe wunderbar auf unseren Kopfadaptern halten. Und Kopfbau, denke ich, machen wir, indem wir ihn reinfallen lassen. Weil alles andere könnte, glaube ich, ein bisschen komplizierter werden. Oh, das ist also für so zwei Brocken Tabak ist das schon relativ full hier, oder? Das sieht doch eigentlich so aus, als sollte das jetzt schon gut Kontakt haben, oder? Selbst wenn wir das noch ein bisschen zurecht machen, das mit 11 Gramm, ist nice. Preis nicht 29,90, genau, das hatten wir im Twitch-Chat. Dann testen wir mal Part 2 und legen da mal einen Onmo drauf. Also der Onmo liegt minimalst auf dem Kopf, mehr auf dem Tabak auf, auf jeden Fall. Also wir haben sehr guten Kontakt zum Tabak. So, da muss natürlich jetzt jeder selbst wissen, ob einem das gefällt, ne? Du siehst halt schon einen guten Rand außen drüber. Das gibt es auch bei vielen anderen Köpfen, wo man das sieht. Manchen gefällt es nicht, anderen gefällt es, ist Geschmackssache. Aber seht ihr jetzt hier, dann wisst ihr, worauf ihr euch einlassen würdet, ne? Ist jetzt sogar der Härtetest, weil eventuell hat da jemand seine Pfeife nicht sauber gemacht. Und das heißt, meine Kopfdichtung ist noch ein bisschen dreckig. Also wenn der jetzt da hält, dann hält der, ha? Ja. Wunderbar. Also da könnte ich easy die ganze Pfeife mit umreißen. Also machen wir nicht, aber könnte man. Also Durchzug ist auf jeden Fall schon mal krass. Das ist nicht vergleichbar mit einem Vollkontakt mit irgendeinem anderen Kopf. Aber macht ja auch Sinn, ne? Weil wie gesagt, wir ziehen da direkt so die Luft rein und nicht erst durch den Tabak und dann ins Pfannelloch in der Mitte. Aber wer auf Durchzug steht, ist das schon mal eine sehr... Also ich glaube, du kannst den Durchzug wahrscheinlich kaum mit diesem Köpfchen verkacken. Stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Wüsste nicht, wie man das hinkriegen soll. Also für Durchzugsfanatiker schon mal sehr interessant an der Stelle. Ja, wir warten ein bisschen und wir rauchen das Ding an. So, so langsam kommt mehr Rauch. Ich finde, es schmeckt schon ein bisschen nach zu viel Hitze. Also ich würde jetzt mal die dritte Kohle runternehmen. So. Aber es fühlt sich ein bisschen so an, wie das, was ich befürchtet habe. Also der Tabak wirkt jetzt heiß genug. Von dem, wie der Tabak schmeckt. Von dem, wie es sich anfühlt beim Rauchen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass doch relativ viel Luft mitkommt. Rauchmenge würde ich sagen, ist okay. Aber Geschmack ist noch nicht so krass. Vielleicht muss aber auch der Rest vom Kopf sich einfach noch ein bisschen mehr mit erhitzen. Also es fühlt sich relativ leicht an im Vergleich zu einem Funnel, wenn das Sinn macht. Aber als ob da schon ein bisschen mehr Luft mit dabei wäre als sonst. Aber so wie er gerade läuft. Geschmack würde ich sagen, ist so bei 70 bis 80 Prozent von einem Funnel. Das erste Köpfchen läuft jetzt mit den 11 Gramm schon 45 Minuten. Ist nicht viel besser geworden. Also ich würde immer noch bei meiner Meinung bleiben, dass man doch schon merkt, dass man relativ viel Luft zu direkt zieht. Und der Tabak weniger die Chance hat zu verdampfen. Beziehungsweise der Tabak die Molasse nicht so gut verdampfen kann. Wie das beim normalen Funnel oder beim normalen Meerloch der Fall war. Ich habe jetzt noch die Tipps bekommen, nochmal höher zu bauen. Fluffiger zu bauen und ein bisschen mehr Tabak reinzumachen. Und genau das probieren wir jetzt beim zweiten Kopf. Also schwingen wir uns nochmal in den Kopfbau. Okay, ich würde sagen, damit wir den Unterschied merken, machen wir auch ungefähr nochmal dieselbe Mischung. Aber diesmal nicht mit 11 Gramm. Sondern wir können ja mal gucken, dass wir, ja weiß ich nicht, roundabout auf 15 Gramm oder sowas kommen. Und ich werde mich auch näher an die Löcher ran trauen dieses Mal. Also wir schaufeln hier erstmal. Ich schaufel einfach mal rein hier. Okay, jetzt haben wir praktisch das Extrembeispiel. 16,4 Gramm. Ich will den jetzt auch gar nicht zu krass verteilen. Wir bringen den nur hier so halbwegs in die Form. Es wurde ja gesagt, locker lassen. Aber vom Bauen her finde ich ihn relativ easy. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es übelstressig ist, den Kopf zu bauen oder so. Das geht relativ easy, klar. Es sieht schon geil aus, oder? Also so das gebaute Depot sieht schon sehr, sehr nice aus. Aber was natürlich auch geisteskrank nice ist, wir haben wirklich zero Molasse unten. Also an dem Köpfchen. Gut, ich kann jetzt den HMD schlecht anfassen. Warte mal. Ich kann mit einem anderen HMD den HMD anfassen. Also was krass ist, da unten ist wirklich fast nichts an Molasse. Das ist schon überragend. Ich muss ehrlich sagen, Nikotin kam relativ wenig rüber. Also ich wünsche mir gerade Nikotin. Das zweite Köpfchen ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde an. Ich zeige euch erstmal die Rauchentwicklung. Ist gut. Ziemlich gut, würde ich sagen. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass wenn ich mit dem Maß an Kontakt in einem Funnel rauchen würde, das nochmal ein Ticken mehr wäre. Also ich bleibe immer noch, ich weiß, ich wiederhole mich und ich sage es zum zehnten Mal, aber ich bleibe immer noch dabei, meine Theorie ist für mich persönlich bestätigt. Man merkt auf jeden Fall, dass man Luft von den HMD Löchern direkt auch in die drei Funnellöcher reinzieht. Der zweite Kopf läuft aber schon deutlich geiler als der erste Kopf. Beim ersten Kopf hatten wir mit 11, irgendwas Gramm gebaut. Jetzt haben wir 17 Gramm ungefähr drin. Und das funktioniert schon wirklich deutlich geiler, als das noch beim ersten Kopf war. Ich für mich würde aber wahrscheinlich dabei bleiben, ich würde einen normalen Funnel oder einen normalen Mehrlochkopf bevorzugen. Weil mir so ein bisschen der Punch fehlt. Dem fehlt so ein kleines bisschen die Tiefe. Und das ist, würde ich sagen, halt wegen diesem, man zieht halt relativ viel Luft direkt mit. Der Kopf hat aber auch Vorteile. Du kannst den Durchzug nicht verkacken. Ich denke, dass es relativ easy dadurch für Anfänger ist. Und gerade wenn jetzt jemand damit struggelt, dass er eben vielleicht noch nicht Vollkontakt rauchen will und dass ihn das stört, wenn das dann so viel Durchzug kostet. Also wenn man, ich könnte mir vorstellen, dass er sehr anfängerfreundlich ist und ich könnte mir vorstellen, dass er für Leute, die einen extremen Durchzug, extrem feiern, extrem geil ist. Also da hätte er so seine Vorteile. Mein Fazit für mich, ich glaube nicht, dass er sich bei mir in den Alltag integrieren wird. Vielleicht gebe ich dem irgendwann nochmal eine Chance mit Alufolie. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn halt ein Kopf nur mit Alufolie wirklich gut performt, dann ist es maybe kein Kopf, der für mich persönlich geil ist, weil ich halt am liebsten mit HMD rauche. Nicht nur, weil der HMD mit den Köpfen, die ich oft rauche, gut performt, sondern einfach, weil ich eine faule Sau bin. Und ich will nicht immer Alufolie lochen, also erstmal Alufolie spannen und dann Alufolie lochen und so weiter. Ich will dann HMD draufsetzen und Abfahrt. Und wenn jemand gerne mit Alufolie raucht oder Gott bewahre mit dem Zeppelin raucht, dann ist das vielleicht noch eine Ecke geiler. Ja, aber ja, für mich ist der Kopf, für mich wird der Kopf nicht in meine Top 5 Liste reinkommen, aber vielleicht ist der Kopf auch einfach nicht für mich gemacht, sondern eben eher geil für Anfänger. Soviel zu meinem ersten Eindruck. Vielleicht sehen wir den, die nächsten Streams nochmal, Dienstags, Donnerstags, Sonntags ab 19 Uhr, guckt gerne mal rein. Vielleicht testen wir uns da nochmal ein bisschen durch, aber das wäre mein erster Eindruck von dem Triple Airflow.